Jules Verne Reise durch die Sonnenwelt Zweiter Band Zwölftes Kapitel Wie man den ersten Januar auf der Gallier feierte und auf welche Weise dieser Festtag endete. Mit der zunehmenden Entfernung der Gallier wuchs nun auch die Kälte sehr merkbar. Schon war die Temperatur auf 42 Grad unter Null herabgegangen. Unter diesen Verhältnissen hatten die Quecksilberthermometer nicht benutzt werden können, da das Quecksilber bei 42 Grad gefriert. Es wurde also das Alkoholthermometer der Dobrina in Gebrauch genommen, und dessen Säule fiel dann auf 53 Grad unter dem Eispunkt. Jetzt zeigte sich auch die von Leutnant Prokop vorausgesehene Wirkung der Kälte an den Rändern der Bucht, welche den beiden Fahrzeugen als Überwinterungshafen diente. Die Eisschichten unter dem Rumpfe der Hansa und der Dobrina hatten sich in langsamen, aber unwiderstehlichen Fortschreiten verdickt. Nahe dem felsigen Vorlande, das sie deckte, sah man die Golett und die Tartane hoch auf ihrer kristallnen Schale erhoben, so daß sie schon fünfzig Fuß über das Niveau des Meeres emporragten. Die etwas leichtere Dobrina stand noch höher als die Tartane. Keine menschliche Kraft aber war imstande, dieses langsame Empordrängen aufzuhalten. Leutnant Prokop beunruhigte das der Golett bevorstehende Schicksal natürlich nicht wenig. Alles Werthvolle war aus ihrem Inneren zwar herausgeschafft und nur der Rumpf, die Bemastung und die Maschine übrig geblieben, aber gerade dieser Schiffsrumpf konnte ja bestimmt sein, im Falle der Not der ganzen kleinen Kolonie eine letzte Zufluchtsstätte zu bieten. Wenn derselbe nun mit Eintritt des Tauwetters infolge des gar nicht abzuwendenden Sturzes in tausend Stücken zerbrach und die Bewohner der Gallier vielleicht gezwungen wären, Warmland zu verlassen, welches andere Schiff hätte es ihnen dann ersetzen können? Die Tartane gewiß nicht, denn diese war ja ebenso bedroht, und ihr stand ohne Zweifel dasselbe Schicksal bevor. Die Hansa schien sogar weniger gut vom Eise unterstützt zu sein, denn sie neigte sich schon in einem sehr beunruhigenden Winkel zur Seite. Es wurde gefährlich, sie noch länger zu bewohnen. Der Jude verstand sich trotz allem nicht dazu, seine Ladung zu verlassen, die er Tag und Nacht bewachen zu müssen glaubte. Er fühlte es recht wohl, daß sein Leben bedroht sei, sein Hab und Gut aber noch weit mehr, und er entblödete sich nicht, denselben ewigen, den er bei jedem dritten Worte anrief, für alle die Prüfungen, die er auf ihn häufte, regelrecht zu verwünschen. Unter diesen Umständen sah sich Kapitän Sawadak zu einem Entschlusse genöthigt, dem der Jude sich unterwerfen mußte. Wenn Isak Haqabuts Leben auch wie die anderen Mitglieder der Kolonie nicht gerade unentbehrlich schien, so hatten doch seine wahren Vorräthe einen unschätzbaren Wert. Jedenfalls mußten diese zunächst dem nahen Verderben entrissen werden. Kapitän Sawadak versuchte auch zuerst, dem Juden Angst wegen seiner eigenen Person einzuflößen, er reichte damit aber so gut wie nichts. Der Jude wollte eben nicht ausziehen. »Das steht euch zuletzt frei,« hatte ihm Kapitän Sawadak auf seine Weigerung geantwortet, »eure Waren werden aber in eines der Magazine von Warmland geschafft werden.« Die Klagelieder, welche Isak Haqabut darum hören ließ, rührten trotz ihres jämmerlichen Thones doch niemanden und die angesagte Ausräumung von dem Laufe des zwanzigsten Dezembers wirklich statt. Dem Juden war es ja erlaubt, sich im Ninabau häuslich einzurichten und ganz wie vorher seine Waren zu bewachen, zu verkaufen und zu handeln nach bestimmten Preis und Gewichte. Es wurde ihm nicht das Geringste in den Weg gelegt. Wahrlich, wenn sich Ben Zuff überhaupt erlaubt hätte, seinen Kapitän zu tadeln, so wäre es darüber gewesen, daß man diesem erbärmlichen Kinde Israels gegenüber so viel Schonung beobachtete. Im Grunde stimmte Isak Haqabut dem Beschluss des Generalgouverneurs eigentlich vollkommen zu. Er wahrte ja seine Interessen und brachte ihn selbst und seine Reichthümer in Sicherheit, und dazu hatte er für die Entladung der Tatane nichts zu zahlen, da sie gegen seinen Willen ausgeführt worden war. Mehrere Tage lang beschäftigte diese Arbeit die Russen und Spanier. Warmgekleidet und den Kopf dicht verhüllt widerstanden sie der niedrigen Temperatur ohne Beschwerden. Nur mußten sie sich hüten, metallene Gegenstände, welche sie transportierten, mit bloßen Händen anzufassen. Die Haut der Finger wäre unzweifelhaft ebenso daran hängen geblieben, als wären sie in rotglühendem Zustande gewesen, denn die Wirkung sehr heftiger Kälte gleicht derjenigen höherer Hitzegrade vollkommen. Die Arbeit verlief ohne Zwischenfall, und die Ladung der Hansa wurde endlich in einer der weiten Galerien des Ninabaus untergebracht. Leutnant Prokop beruhigte sich nicht eher, als bis alles in Ordnung war. Jetzt entschloß sich nun Isaak Haqabut, da ihm jede Ursache fehlte, noch länger in der Tartane zu wohnen, auch die Galerie, welche seine Waren barack selbst zu beziehen. Wir gestehen gern, daß er dadurch nur wenig belästigte. Man sah ihn sehr selten. Er schlief neben seinen Waren und ernährte sich von ihnen. Eine Spirituslampe genügte seinem mehr als bescheidenen Küchenbedürfnissen. Die Bewohner des Ninabaus unterhielten niemals besondere Beziehungen zu ihm, außer, wenn es sich für sie darum handelte, zu kaufen und für ihn zu verkaufen. Eines aber war sicher, daß das ganze Gold und Silber der kleinen Kolonie nach und nach in einen dreifach verschlossenen Schrank zusammenfloß, dessen Schlüssel Isaak Haqabut niemals verließ. Der erste Januar des Erdenjahres nahte heran. Nach wenig Tagen war ein Jahr verflossen seit dem Zusammenstoße der Erde mit dem Kometen, seit dem Ereignis, welches 36 menschliche Wesen urplötzlich von ihresgleichen getrennt hatte. Bis jetzt fehlte von diesen noch keiner. Bei den neuen klimatischen Verhältnissen hielt sich ihre Gesundheit auffallend gut. Diese stets abnehmende Temperatur, welche aber keinen jähen Umschlag zeigte und von fast gar keiner Luftbewegung begleitet war, hatte ihnen nicht einmal einen Schnupfen verursacht. Konnte es ein gesünderes Klima geben als das des Kometen. Alles ließ demnach voraussetzen, daß, wenn nur die Berechnungen des Professors richtig waren und die Gallier wirklich zur Erde zurückkehrte, die Bewohner derselben auch in unvermindeter Anzahl mitanlangen würden. Obwohl dieser erste Tag des Jahres nicht auch der erste des Gallierjahres war und mit ihm nur die zweite Hälfte des Umlaufes um die Sonne begann, so wünschte Kapitän Savadak doch, und zwar mit gutem Grunde, daß man ihn mit einer gewissen Feierlichkeit begehe. »Es scheint mir nicht gut,« äußerte er zu Graf Themaschäf und Leutnant Prokop, »daß unsere Gefährten sich der Angelegenheiten der Erde gänzlich entwöhnen. Sie sollen ja einst nach der Erdkugel zurückkehren. Doch selbst wenn dieser Fall nicht einträte, bleibt es immerhin geraten, ihre Verbindung mit der alten Welt, und wenn auch nur der Erinnerung wegen, nicht ganz verloren gehen zu lassen. Da unten wird man Neujahr feiern, also feiern wir es auch auf dem Kometen. Diese Übereinstimmung der Empfindung hat ihre guten Seiten. Wir dürfen nicht vergessen, daß man sich auf der Erde mit uns beschäftigen wird. Von verschiedenen Punkten aus sieht man dort die Gallier durch den Weltraum irren, wenn auch ihre geringen Größe wegen, nicht mit bloßen Augen, so doch mit Hilfe der Fernrohre und Teleskope. Eine Art wissenschaftliches Band verknüpft uns stets mit der Erde, und die Gallier bildet ja zu jeder Zeit einen Theil der Sonnenwelt. »Ich stimme Ihnen bei, Kapitän,« antwortete Graf Themaschäf, »es unterliegt keinem Zweifel, daß die Sternwarten mit der Beobachtung des neuen Kometen beschäftigt sein müssen. Ich glaube gern, daß in Paris, Petersburg, Greenwich, Cambridge, am Kap, wie in Melbourne, die mächtigen Himmelsfernrohre häufig genug nach unserem Asteroiden gerichtet sind. »Er muß da jetzt unten sehr in Mode sein,« meinte Kapitän Savadak, »und es sollte mich sehr wundern, wenn die Revueen, die Journale, das große Publikum über alles, was mit und an der Gallier geschieht, nicht auf dem Laufenden erhielten. Gedenken wir also derer, welche am ersten Januar gewiß unserer gedenken, und feiern wir den Tag mit denselben Gefühlen wie Sie.« »Sie glauben, mischte sich da Leutnant Prokop ein, daß man sich auf der Erde mit dem Kometen, der einmal an Sie stieß, beschäftigt? Ich glaube, daß zwar auch, aber ich halte dafür, daß man dort von ganz anderen Motiven dazu geführt wird, als dem wissenschaftlichen Interesse oder gar der bloßen Neugier. Die Beobachtungen, mit welchen unser Astronom sich beschäftigte, sind auf der Erde sicher auch und mit nicht minderer Genauigkeit angestellt worden. Die Ephemeriden der Gallier mögen wohl schon lange zweifellos ermittelt sein. Man kennt die Elemente des neuen Kometen, man weiß, welche Bahn er im Weltraume durchläuft, und hat jedenfalls doch auch bestimmt, wo und wie er die Erde wieder treffen wird. An welchem Punkt der Ekliptik, zu welcher Sekunde, an welchem geographischen Orte er an die Erdkugel stoßen wird, das alles ist gewiß mit mathematischer Genauigkeit berechnet. Die Gewißheit dieses erneuten Zusammenstoßes aber dürfte die Gemüther wohl nicht weniger beunruhigen. Ja, ich gehe noch weiter und behaupte, daß man auf Erden allerlei Vorbereitungen treffen wird, um die entsetzlichen Wirkungen des zweiten Stoßes zu mildern, wenn das überhaupt auf irgendeine Weise möglich ist. Mit diesen Worten machte Leutnant Prokop wohl die Wahrheit ziemlich treffen. Die Logik mindestens konnte man ihnen nicht absprechen. Die nach allen Seiten durch Rechnungen bestimmte Wiederkehr der Gallier genügte gewiß, auf der Erde jedes andere Interesse zu unterdrücken. Man mußte wohl an die Gallier denken, doch nur mit dem Wunsche, daß sie niemals zurückkehren möchte. Auch die Bewohner des Kometen konnten sich, trotzdem sie jenes Wiederzusammentreffen lebhafter beiwünschten, einer gewissen Beunruhigung nicht entschlagen. Wenn auf der Erde, wie Leutnant Prokop meinte, Vorkehrungen getroffen wurden, um die drohenden, fürchterlichen Folgen zu mildern, sollte es da nicht am Platze sein, auf der Gallier an etwas ähnliches zu denken? Diese Frage verdiente wohl später, in Betracht gezogen zu werden. Wie dem nun auch sein mochte, man blieb bei dem Entschlusse, den ersten Januar gebühren zu feiern. Auch die Russen sollten sich dabei den Franzosen und Spaniern anschließen, obgleich deren Kalender den Jahresanfang nicht für den nämlichen Tag angibt. Weihnachten kam heran, der Jahrestag der Geburt Christi wurde kirchlich, wenn man hier so sagen darf, gefeiert. Der Jude allein schien sich an diesem Tage noch tiefer in seine dunkle Ecke zu vergriechen. Während der letzten Woche des Jahres war Ben Zuff außerordentlich beschäftigt, um ein anziehendes Programm aufzustellen. Von sehr verschiedenen Vergnügungen konnte auf der Gallier ja von vornherein nicht die Rede sein. Man kam also dahin überein, den Tag mit einem tüchtigen, auserlesenen Frühstück zu beginnen und mit einem Ausflug auf dem Eise nach der Seite der Insel Gurwi zu beschließen. Die Rückkehr sollte unter festlicher Beleuchtung erfolgen, d. h. mittels Fackeln, welchen man aus den nötigen, auf der Hansa sich vorfindenden Ingredientien selbst verfertigte. »Wenn das Frühstück ausnehmen gut ausfällt, philosophierte Ben Zuff, so wird der Ausflug nicht minder lustig werden, und weiter braucht es ja nichts.« Die Zusammenstellung des Speisezettels gestaltete sich also zu einer sehr wichtigen Angelegenheit. Die Ordnanz des Kapitäns Servadak hatte darum wiederholt Besprechungen mit dem Koch der Dobrina, deren Endresultat in einer glückverheißenden Verbindung der russischen und französischen Küche gipfelte. Am 31. Dezember abends war alles bereit. Die kalten Gerichte, wie Fleischkonserven, Wildpastete, Galantine und andere, welche man zu guten Preise von dem Juden Isaac Hackerbut erworben hatte, figurierten schon auf der Tafel des Hauptsaales. Die warmen Speisen sollten erst am nächsten Morgen in dem Lavaofen zubereitet werden. An diesem Abend berührte man noch eine Frage bezüglich Palmierin Rosettes. Sollte man den Professor einladen, an der Festtafel teilzunehmen? Gewiß erforderte das die Höflichkeit. Würde er die Einladung auch annehmen? Das erschien mehr als zweifelhaft. Nichtsdestoweniger erging diese Einladung. Kapitän Servaner hatte sie persönlich nach dem Observatorium überbringen wollen, Palmierin Rosette empfing aber alle ungeladenen Gäste so barsch, daß man es vorzog, ihm ein Briefchen zu senden. Der junge Pablo erbot sich, dasselbe zu überbringen und kam bald darauf mit einer in folgender Weise gefaßten Antwort zurück. – Palmierin Rosette hat nichts anderes zu sagen als das. Heute ist der 125. Juni, und morgen wird der erste Juli sein, da man auf der Gallia doch wohl Veranlassung hat, nach dem hier giltigen Kalender zu rechnen. Das war zwar ein wissenschaftlich abgefaßter Absagebrief, doch eine Absagung blieb es immer. Am ersten Januar, eine Stunde nach Sonnenaufgang, fanden sich Franzosen, Russen, Spanier und die kleinen Nina, welche Italien repräsentierte, zu einem Frühstück vereinigt, wie ein solches die Gallia noch niemals gesehen hatte. Bezüglich des solideren Theils desselben hatte Ben Zuff und der Küchenmeister der Dobrina sich tatsächlich selbst übertroffen. Eine Schüssel mit Rebhuhn auf Kohl, welch letzterer hier durch Kerry ersetzt war, so stark, daß er die Papillen der Zunge und die Schleimhaut des Magens auflösen konnte, bildete den Glanzpunkt der Speisekarte. Die aus den Vorräten der Dobrina entnommenen Weine lobten sich selbst. Da trank man denn französische und spanische Weine zur Ehre ihres Vaterlandes, und selbst Rußland fand durch einige Flaschen Brandwein gebührende Vertretung. Es war wirklich, wie Ben Zuff gehofft, sehr schön und sehr heiter. Zum Schluß rief ein Toast auf das gemeinsame Vaterland, die alte Erdkugel und auf die Rückkehr nach derselben, einen solchen Beifallsturm hervor, daß Palmieren Rosettin gewiß in der stillen Höhe seines Observatoriums vernehmen mußte. Nach Beendigung des Frühstückes hatte man noch drei volle Stunden Tag vor sich. Eben passierte die Sonne den Zenith, eine Sonne, welche niemals die Reben von Bordeaux oder Burgund, deren Blut man eben getrunken, gezeitigt hätte, denn sie erleuchtete alles nur schwach und erwärmte gar nicht. Alle Tafelgenossen kleideten sich von Kopf bis zu den Füßen warm an, um einen Ausflug zu unternehmen, der bis zum Eintritt der Nacht ausgedehnt werden sollte. Sie setzten sich dabei freilich einer sehr rauen Temperatur aus, konnten das aber bei der ruhigen Luft ungestraft wagen. Alle verließen, die einen plaudernd, die anderen singend, den Ninabau. Am Strande legten alle die Schlittschuhe an und tummelten sich lustig, entweder allein oder in einzelnen Gruppen. Graf Himmachef, Kapitän Savodak und Leutnant Prokop hielten sich gern zueinander. Negret und die Spanier schweiften den launischen Bogen auf der ungeheuren Fläche umher und verschwanden bald mit wunderbarer Schnelligkeit unter den Grenzen des Horizontes. Jetzt, wo sie das Schlittschuhlaufen sicher erlernt, entwickelten sie mit Vorliebe dabei auch die ihnen angeborene Grazie. Die Matrosen der Dobrina bildeten, nach einer in den nördlichen Ländern beliebten Gewohnheit, eine lange Reihe. Eine unter dem rechten Arme gehaltene Stange hielt sie dabei in einer Linie, und so flogen sie hinaus bis über Seeweite, wie ein Eisenbahnzug, der in seinen Schienen nur Bogen von großem Radius beschreiben kann. Pablo und Nina vergnuegten sich vor Freude aufjauchzend Arm in Arm, zwei flatternde Fluegel, denen man die Freiheit geschenkt, und näherten sich jetzt der Gruppe des Kapitän Savodak, um von ihr sofort wieder im losen Spiel zu entfliehen. Diese jungen Wesen vereinigten in sich, man möchte sagen, alle Freude auf der Gallia und vielleicht auch fast alle Hoffnung. Hier war es jedoch Ben Zuff nicht zu übergehen, der in fröhlicher Laune von dem einen zum anderen eilte, sich ganz der schönen Gegenwart hingab und sich um die Zukunft wenigstens nicht absorgte. Die Schlittschuhläufergesellschaft, welche mit fröhlichem Muth über diese prachtvolle, ebene Fläche dahinflog, wagte sich weit, weit hinaus, weiter als die Kreislinie, welche den Horizont von Warmland umschloß. Ihren Augen verschwanden zuerst die Felsen des Ufers, dann der weiße Kamm der höheren Stufen und endlich auch der Gipfel des Vulkans mit seiner Wolkenhaube. Manchmal hielten die Läufer an, um Atem zu schöpfen, doch nur für einen Augenblick, um sich der Kälte nicht zu sehr auszusetzen. Dann ging es sausend wieder vorwärts nach der Küste der Insel Gurbi zu, ohne daß sie jemand zu erreichen gesucht hätte, denn schon sank die Nacht herab und mahnte zur schleunigen Rückkehr. Die Sonne senkte sich im Osten, oder vielmehr, eine Erscheinung, welche die Gallierbewohner schon hinlänglich gewöhnt waren, sie schienen rasch niederzustürzen. Der Untergang des Tagesgestirns ging an diesem begrenzten Horizonte eben unter eigentümlichen Umständen vor sich. Hier erglühten keine Dünste in den prächtigen Farbtönen, welche die letzten Strahlen der Sonne sonst hervorzuzaubern pflegen. Über dem gefrorenen Meer sah das Auge nicht einmal jenen letzten grünlichen Lichtschimmer, der sonst über die flüssige Oberfläche zittert. Hier zeigte die durch eine bekannte optische Täuschung größer erscheinende Sonne bis zuletzt ihre reine, unveränderte Scheibe. Dann, glaubte man, es habe sich plötzlich ein Schlund in dem Eise geöffnet, in dem sie verschwand und der dunkle Nacht ohne Übergang Platz machte. Bevor der Tag zur Neige ging, sammelte Kapitän Savadak seine kleine Welt um sich. Während man in Schützenschwärmen hinausgezogen war, sollte der Rückzug in geschlossenem Gliede angetreten werden, denn der Mond, die Nerina, stand jetzt in Konjunktion zur Sonne, und auch sein schwaches Licht fehlte der kurzen Nacht. Jetzt hüllte diese schon die ganze Umgebung in ihren schwarzen Mantel. Die Sterne gossen über die Gallier nur ein fahles Licht, wie Cornel sich ausdrückte. Die Fackeln wurden also angezündet, und während deren Träger rasch voranklitten, loderten die Flammen, welche die geschwindel Bewegung noch belebte, leuchtend rückwärts. Eine Stunde später hob sich das steile Ufer von Warmland unbestimmt wie eine schwarze Wolke vom Horizonte ab. Eine Täuschung war unmöglich. Hoch darüber strebte der Vulkan empor und warf einen intensiven Lichtschein durch die herrschende Finsterniß. Die auf dem glitzernden Eise sich widerspiegelnden Lavamassen leuchteten bis zu den Schlittschuhläufern und zeichneten in deren Rücken lange Schatten ab. So verging etwa ein und eine halbe Stunde. Rasch näherte man sich dem Ufer, als plötzlich ein Aufschrei durch die Luft drang, der von Ben Zuff herwirrte. Alle hielten ein, indem sie die Eisen tief ins Eis einschneiden ließen. Da, beim Scheine der Fackeln, welche schon nah am Verlöschen waren, sah man, daß Ben Zuff die Arme gegen das Ufer ausstreckte. Von den Lippen aller ertönte ein Schrei, der dem Ben Zuffs zu antworten schien. Der Vulkan war urplötzlich erloschen. Kein Lavastrom wälzte sich mehr von dem obersten Gipfel herab. Es schien, als habe ein mächtiger Windstoß die Flamme des Kraters erstickt. Alle begriffen, daß die Quelle des Feuers versiegt sein müsse. War die Aushaufsmasse zu Ende gegangen? Sollte Warmland von nun an für immer die belebende Wärme fehlen und sich keine Möglichkeit bieten, der Stränge des Gallierwinters zu entgehen? Drohte ihnen nun der Tod, der entsetzliche Tod des Erfrierens? Vorwärts, rief Kapitän Sarvadak mit Befehlen der Stimme. Eben verloschen die Fackeln. Alle stürmten durch die tiefe Dunkelheit und erreichten bald das Ufer, dessen übereiste Felsen sie nicht ohne große Mühe erklommen. Sie eilten nach der großen Galerie, drangen in den Hauptsaal. Tiefe Dunkelheit rings, die Temperatur schon merkbar verändert. Der Feuervorhang, der sonst vor der großen Oeffnung herabrollte, schloß diese nicht mehr und Leutnant Prokop konnte sogar sehen, daß die durch das Einströmen der Lava bisher flüssige Lagune schon durch die Kälte erstarrt war. So endete auf der Gallier der Neujahrstag der Erde, den man so festlich und freudig erregt begonnen hatte. Also endete auf der Gauke, dass die Tunde die Kosten des terrains Neujahr辛илer in der Geist, der Im�니다 unter der Nä combinative Befehlen Bayern, die das der Neujahrtel bl desarrollo. Vielen Dank.